Letztes Jahr hat eine YouTuberin alles gegeben. Die unendlichen Weiten der Langeweile. Um das Sommerloch zu stopfen. Denn wenn es warm wird und es die Menschen nach draußen zieht, ist sie zur Stelle. Kleiner Tipp, dafür hat man einen Freund. Für Gib es mir Dinge. Was eigentlich ziemlich bescheuert ist, denn wer macht schon Videos, wenn es kaum jemand guckt? Man könnte auch bequem bis zur Weihnachtszeit warten, bis die Werbung wieder richtig Kohle abwirft und man sich von Produktplatzierung kaum retten kann. Aber egal. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von Katzen in Tauern zu mir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Uhr. Wo ist die Vielfalt? Kommen wir nun zur Twitter-Frage. Ich habe euch auf Twitter gefragt, wenn ihr sofort eine Maschine erfüllen könntet. Wie würde sie heißen? Wilhelm. Eine Frau. Und am Urlaub, du trägst eine kurze Hose, das finde ich wunderbar. Ein Plan. Der erste Punkt auf unserer Liste. Ein Sommerloch. Ding. Macht euch bereit. Es geht wieder los. Richtig gut. Aber ich brauche ein neues Intro. Wie wäre es mit... Aber das ist doch genau das gleiche wie letztes Jahr. Ja stimmt. Neues Jahr, neues Intro. Wie wäre es, wenn ich... Moment mal, wo ist dein Helm? Ich habe keinen Helm. Du hast keinen Helm? Also sorry, ohne Schutz mache ich es nicht. Kein Problem, ich bestelle einfach einen. Wie, du bestellst einfach einen? Na, ich bestelle einen. Ja, aber wir sind morgen und übermorgen nicht da. Also morgen war mit den Katzen zum Friseur und übermorgen auf dem Fernsehturm. Kein Problem. Mit der neuen Hermes App kann ich meine Bestellung ganz einfach nach Wunschterminen liefern lassen. Dazu muss ich mich einfach auf der App oder bei hermes.de anmelden und bekomme dann meine Kundennummer. Die ich bei der Bestellung im Online-Shop im Adresszusatz eingeben kann. Und wenn mein Paket bereit ist, kann ich den Liefertermin ändern oder ich lasse es mir zu einem Paketshop in der Nähe liefern. Das ist praktisch. Das ist gut, ne? Das ist gut, ne? Max, mein Helmster, wir können! Und bitte! Es kommt zurück, meine Damen und Herren. Das Sommerloch. Dem einen oder anderen ist es vielleicht aufgefallen, da war eine versteckte Kooperation dazwischen. Habe ich ganz clever da drin versteckt. Ich möchte nochmal kurz auf die Hermes App und die Wunschzustellung eingehen. Wer das noch nicht ganz verstanden hat, kann natürlich in der Infobox schauen. Da sind alle Links drin. Da könnt ihr nochmal alles nachlesen. Also ich shoppe selber viel im Internet und bin öfter nicht da. Wann bin ich mal nicht da? Es gibt Tage, an denen ich nicht da bin. Ich finde diese Funktion mega praktisch. Du kannst die Nummer, die Kundennummer überall eingeben, die mit Hermes liefern. Und dann können sie dir das mit Wunschzustellung zuschicken. Oder sie liefern es dir ganz normal. Du kriegst halt dann so eine Nachricht, wann das geliefert kommt. Und dann kannst du da halt dich durchklicken und aussuchen, was du haben möchtest. Ist das nicht toll? Ach, die Zukunft. Halleluja. An dieser Stelle möchte ich nochmal Danke sagen an Hermes für die Kooperation und an euch da draußen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse. Wenn mal in Videos eine versteckte Werbung drin ist. Ich bin euch ja auch nicht böse, wenn ihr mir mal eine App empfiehlt oder so. Also immer her damit. Es ist so wahr. Was sagt ihr denn zu meiner neuen Haarfarbe? Lasst uns mal Realtalk reden. Leute, sagt mal Leute, wie geht's denn euch? Wir haben uns lange nicht gesprochen. Alles gut bei euch? Geht's den Katzen gut? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass jeder eine Katze besitzt. Denn ansonsten verstehe ich nicht, warum wir auf diesem Planeten sind. Habt ihr eigentlich Urlaubspläne dieses Jahr? Ich ja. Ich fahre zum aller, 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 aller ersten Mal alleine in den Urlaub. Also mit alleine meine ich ohne die Eltern. Denn ich fahre nicht alleine. Ich fahre natürlich mit meinem geheimen Freund. Uh, wer könnte mein geheimer Freund sein? Ist das nicht süß? Die küssen sich so, aber das eine Ohr ist ab. Katzen. Man liebt und liebt sie. Gut, bis dann. Tschüss. Da 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 da